Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder und ja, wir versuchen wir erstmal ein bisschen alles, dass wir den richtigen Weg finden und Material sammeln, das wir brauchen. Ja, das hat eigentlich ein paar schöne Wölfchen hier. Oh, wir sind schnell. Oh, das ist Hammer. Oh, das ist Hammer. Oh, das ist Hammer. Oh, das ist Hammer. Jetzt sind wir auf. Oh, das ist Hammer. Oh, das ist Hammer. Oh, das ist eine Eule. Das hörst du schon. Ach, da oben. Und mehr. Oh, das ist Hammer. Oh, das ist Hammer. so ich glaube nicht dass es der richtige ist ein bisschen angelplatz und so könnte man trainieren ich eher sagen jetzt muss man mal hier weiter ich weiß nicht ob wir die vögel hier unbedingt brauchen da man auch wünschen so man hier was neues machen das ist das wichtigste was wir brauchen 1 da nix ok da war nix sooo dann gucken wir mal weiter scheint so dass wir richtig sind i das 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 ist das 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 ist das zur das 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 How are you able to pick up on all this stuff anyway? Is it something that all astral arts wielders can do? I must admit, I'm curious myself. Perhaps her den in Bloodline has something to do with it. Dohalim. Apologies. I meant no disrespect. Stay alert, everyone. There's a good chance that she already knows we're here. Something feels odd here. Be on your guard. I think if you're a lord going into hiding, then we'll be able to use it. I don't know if anything is here. A forest is one place to turn. We don't know for sure she's here. Keep looking. Okay, go down. Okay. Offline. Okay. Dann suchen wir mal. Offline. Okay. Dann suchen wir mal mit. So, was gibt's denn noch hier drum rum? Da kommen wir nix dran. Da kommen wir nix dran. Ja, mei. Hier. Doch, da geht's runter. Guck mal hier. Guck mal hier. Da werden wir was, ne? Ja, aber hier gibt's ne Leiter, die ich grad gesehen habe. Dann wieder alles so mitnehmen, was wir mitnehmen können. Okay, start schon. Okay. Okay. Guck mal da. Ja, hier sind's auch ganz runter. Das geht nicht. Das kann man nur schnell hochklettern. gehen. Oder runterspringen. Oder runterspringen. Ja, gut. Kommt glaub ich drauf an. Wie hoch das ist, ne? Glaub ich zumindest. Das verliert nur bestimmt Leben. Und da ist irgendwas. Kannst aber nicht sehen. Hier ist jeden Fall was. Okay, das sind die. Alles klar. Die dürften da eigentlich noch gut gehen. Wenn man nicht grad irgendwie... Ja, muss ich da lang. Dann haben wir den hier. Kannst du bisschen Leben lassen, ne? Okay, wir sind doch Käpt'n. Scheiß dran. Stehen wir mit. Das wird nicht gesetzt. Dann kommt die Schmerz. Ich weiß, was die Schmerz. Das sind ja noch gute Barbecke. Und dort sind alle Säten, der wird. Ich hoping, das war es gemacht. In fünf Jahren fällt. Dann kommt die Schmerz. Das sind die Schmerz. Ich habe mir gesehen. Das ist das. Das ist zu. Was ist keine Schmerz. Die Schmerz. Ich werde deine Bewegung stopfen! Und ich werde deine Leben stopfen! Hier geht's! Du bist mein Mann! Was noch? Wir gucken uns die mal ein bisschen um. Hier ist das. Was haben wir denn die Schönes? Geld immer gut. Brauchen wir für Waffenrüstung. Das ist wie nix. Na klar. Das ist hier glaub ich nix. Doch da ist auch was. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wie gegen die Kämpfe so gut aussieht. Ja. Das ist wer. Lass mal auf. Das ist richtig. Ich habe einen Ball. Ich habe einen Ball. Das ist richtig. Sieht die krass. Das ist doch so schwer. Der ist ja so schwer. Das war's. wir haben es auch wieder geschafft fast wieder ein level ab nichts Du machst das ja, das. Ja, mach das. Ja, das sieht nicht nach was Guten aus. Warte auf den. Dann brauchen wir mal einen dritten. Ja, wir gehen einfach auf den dritten. Dann mal einen Kristall, nimm mal mit. Okay, da sind Gegner. Wenn nicht hier schön ist. Dann haben wir auch wieder Gegner. Und die Menge Zeug, alles klar. Also kämpfen wir. Ja, das sieht nicht aus. 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 Ich wundere, ob ich so stark als mein Vater war. Ich denke, dass du ihn überraschst. Ich wundere, wann. Das ist irgendwie nix. Gehen wir weiter. Dann haben wir hier noch was. Was haben wir hier? Nichts nach dem Kämpfen gehst. Das ist einfach zu spüren. Soll es abgedeckt werden werde ich wieder Vous condenieren? Ich habe eine schlechte Gedanken über diesen Team. Ich habe auch ein Gefühl, du verständlich zu müssen. Oh Gott? Nein, ich hab nicht glücklich gehört. Ich hab nie, ich hab nie, ich habe mich zu vlogen. Das sind die Stивают. Ich hab auch nicht zu erhöhen. Das ist so großartig. Wenn ich so warte, wenn ich so war? Wenn ich so wie so auswählen? Ich habe es Squad-Sagen. Ich hab dich in die Die Welt gibts. Ich hab dich, meine Gesundheit. Ich glaube, es ist ein Kompassado zu tun. Ich bin ein Kompassado zu tun. So much for sitting this time, I wouldn't do what you said. I don't know that you say. Look sharp. Lightning Tiger Blade, not the kill. Not the kill. One more thing, yeah. das ist perfekt 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 gucken wir uns mal wissen der Ort ist eine gewisse Maschinerie olden und neue nur was die hier machen? von allen sehen von allen anderen Das ist ein Schutzring, hat das nichts schweres mitzutragen? Wer braucht denn die Verteidigung? Gar nichts. Braucht alles nichts. Also brauchen wir nichts. Dann gehen wir weiter. Das ist bestimmt auch nichts mehr. Dann ist es der Weg wo wir da rein müssen. Leider kämpfen müssen. Das war's. Das war's. Das war's. Am I hier? Okay. Wo bringt Dotzin? Geh ins Erste Schuss. Geh ins Erste Schuss. Geh ins Erste Schuss. Geh ins Erste Schuss. Da sind wieder zwei. Geh ins Erste Schuss. Ah, mach mal. Geh ins Erste Schuss. 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 So much for sitting this fight out. That wouldn't be a complaint out here. Nope, that ain't it. Take this. Slide. Let's go. Take this. Slide. A violation. You're mine. Do it. It's over. My turn. Hey, you're my mom. Sleep now. Don't see the thing. I'm going to rely on myself. You're mine. There you go. I feel like me. I'm going to rely on you. I'm going to rely on you. It's showtime. We're ready. We're ready. Astral energy. Say no more. No more 600. Let's keep our eyes on the prize. 24. Wow. What's really nice. Besonderes. Okay, guys. Dann sage ich mal wieder. Hier ist die Folge vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Und ich würde mich freuen über ein Abo. Bis dann. Ciao.